Hallo, hier ist Daniel von Geeks Live Luxemburg und ich führe heute und hier auf der J-Coin ein Interview mit dem... Shinji Schneider. Shinji Schneider. Wie bist du auf den Namen Shinji gekommen? Ehrlich gesagt, ich bin auf beide Namen gekommen. Der Name Shinji, der kommt aus dem Anime Neon Genesis Evangelion. Einer der Streifen, der mich damals in die Anime-Szene gebracht hat. Der Grund war eigentlich simpel, ich war online am Chatten, andere Anime-Fans kennenlernen und da war ein Mädel, das hat sich Ray genannt. Und ja, wenn ich mich Shinji nenne, dann komme ich mit ihr ins Gespräch. Eigentlich war der Name einfach nur, um irgendwie Frauen kennenzulernen. Schneider kommt von einem anderen Anime und zwar von Bastard. Da gibt es den Charakter Dark Schneider. Und ich wollte mich damals bei Animex anmelden. Ich hatte jetzt das Problem, Shinji war als Name weg, Dark Schneider war als Name weg. Da habe ich gedacht, gut, Shinji Schneider. Und bei meinem ersten Auftritt hat man mich da mit diesem Namen angekündigt. Eigentlich gegen meinen Willen. Und seitdem ist das mein Künstlername, seit mittlerweile elf Jahren. Okay, dann eine Frage. Wie willst du auf die Idee kommen, auf dieses schöne Kostüm? Das Kostüm ist eigentlich aus dem Anime Kamen no Maid Guy. Der Hauptcharakter dort heißt Kogarashi. Ist eine 1,80 Meter große muskulöse Maid. Und Bodyguard. Und Dämon. Und Mathe-Genie. Und es ist ein sehr seltsamer Anime. Aber ich habe immer bei meinen Auftritten immer Kostüme getragen. Weil ich kann nicht über die Anime-Szene lästern und Witze machen, wenn ich nicht ganz klar zeige, ich bin einer davon. Ich gehöre dazu. Und ich habe immer nach einem Charakter gesucht, der lange schwarze, der lange dunkle Haare hat, der breite Schultern hat und den ich cosplayen könnte. Und dann hat jemand gesagt, gut, Kogarashi, der passt doch und so. Ähm, ja, wenn ich an der Konichi auftreten darf, also die größte deutsche Anime-Con. Und wenn irgendjemand dieses Outfit für mich schneidet, dann trage ich das. Und dann konnte ich auftreten und seit neun Jahren trage ich, ne seit sieben Jahren trage ich dieses Outfit, seit 2009. Du bist ja auf die Idee gekommen, dann so eine Show zu machen mit Liedern, wo es ein Held und Gott. Und sie sind da auf einmal, siehst du gut, ein Bild von Cthulhu da oder eine Coverversion von den Ärzten mit Anime-Anspielungen. Wie kommt man da rauf? Ähm, ich muss sagen, das Lied, das erste Lied, als ich angefangen habe, gab es eine Band in der Anime-Szene, in der deutschen Anime-Szene, die hieß Chibi Chibi XXX. Und die haben einfach Anime-Cover, also Anime-Parodien von allem gemacht, wie Weird Al Jankovic oder wie JBO, haben sie einfach Anime-Songs gemacht. Und ich habe da mit anderen Fans angefangen, eigentlich ähnliche Songs zu schreiben. Aber wie man darauf kommt, es ist sehr schwer. Es ist einfach, man sitzt da und man hat dann plötzlich so einen Einfall, das passt irgendwie, passt da was. Also Junge war extrem einfach. Bei Junge geht es darum, wie die Eltern, wie normale Eltern sich über Freak-Kinder aufregen. Und da haben wir einfach gesagt, wir drehen es um. Mein erster Song, den wir geschrieben haben, war Helfer. Den habe ich hier an der Con, also an der Vorgänger-Con von der J-Con damals, 2005, geschrieben mit anderen Helfern zusammen. Haben wir den, also diesen Rammstein-Song, haben wir den geschrieben. Und sonst einfach, ja, es ist sehr seltsam. Du sitzt einfach da, hast eine blöde Idee und diese Idee spinnst du dann einfach weiter und irgendwann hast du plötzlich einen kompletten Song. Okay, ähm, als ich hier draußen war, habe ich reingesehen, ich habe zu einem gesagt, der hat richtig dicke Eier. Wieso? Ich würde mich nicht trauen, so auf eine Bühne zu stellen, ehrlich gesagt. Und ich würde mich nicht trauen, zu singen auf eine Bühne, weil ich es nicht kann. Ähm, wo nimmst du den Mut oder die Courage her oder denkst du einfach so, scheiß drauf, ich mache da einfach? Ähm, verschiedene Dinge. Erstens, ähm, ich habe jetzt, ich mache es halt doch jetzt auch schon seit elf Jahren. Das heißt, man gewöhnt sich dran. Also das erste Mal, als ich gesungen habe, hatte ich kein gutes Gefühl, auch kein Vertrauen in meine Stimme. Also meine Stimme ist in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Ich habe sehr viel trainiert, auch durch die Unterstützung von meinem Ehepartner. Ähm, was aber, was aber wirklich der Fall ist, ähm, ich bin immer nervös, ich habe immer wenig Vertrauen, aber einfach Training, Training plus ich bin Komiker. Wenn ich Scheiße baue, wenn ich, letzte Woche war ich auf der Bühne in Graz, in Österreich, und beim dritten Song habe ich die Stimme verloren. Ähm, nur, ich bin Komiker und dann sage ich das auch und das Publikum hat dann an meiner Stelle gesungen. Oder, wenn was schief läuft, ich bin Komiker, es gehört dazu. Und der andere Punkt ist, ich war schon immer jemand, der gerne im Rampenlicht gestanden ist und, ähm, das Kleid ist für mich nicht so schlimm. Ich war auch schon mal bei einer Rocky Horror Picture Show, äh, dabei, als Zuschauer. Und da geht man ja auch verkleidet ins, äh, ins Kino. Und ich hatte da nichts an, außer Strapsen und einem Korsett und Unterhosen. Also, wenn man damit schon rumläuft, dann ist, dann ist das hier, äh, harmlos. Das ist ein Paradies, ja. Das, es ist nur beschissen, damit aufs Klo zu gehen. Äh, nö, verdammt. Das, das ist Horror. Okay, ähm, die, äh, Audienzfeier da gewesen, waren relativ viele Leute da gewesen. Ist das immer so oder, ähm, variiert das, äh, von Veranstaltungen zu Veranstaltungen? Es variiert sehr stark von Veranstaltungen zu Veranstaltungen, auch von der Tageszeit. Ähm, an der Konichi zum Beispiel hatte ich rund 2.000, 2.500 Zuschauer im, im Hauptsaal. Also, der Saal war brechend voll, sie konnten Leute auch nicht mehr reinlassen. Ähm, früher bin ich aber an der J-Con meistens am Sonntag aufgetreten. Und Sonntag ist hier zum Beispiel sehr oft leider sehr viel, sehr wenig los. Und dann mache ich meinen Auftritt vor etwa 20, 30 Leuten, von denen vier Fünftel Helfer sind. Aber, das gehört dazu, also es macht ehrlich gesagt, es macht keinen Unterschied auf der Bühne, ob ich jetzt vor 2.000 Leuten stehe oder nur vor 20 Leuten. Weil mein Comedy-Programm, äh, ich betrachte das als, ich rede mit Freunden. Ich erzähle all meinen Freunden im Publikum eine Geschichte. Und wie viele Freunde das sind, ist mir egal. Der einzige Unterschied ist, wenn es wenig Leute sind, dann verstehe ich auch, was sie dazwischenrufen. Wenn es 2.000 Leute sind, verstehe ich kein Wort. Also, Lampenfieber hast du dann dementsprechend nicht mehr. Wie schon? Erstmal. Extrem. Äh, ich verkaufe einen Moment mit DVD von meinem Auftritt von vor 2 Jahren. Und da haben wir jetzt im Mai dieses Jahr noch Behind-the-Scenes-Aufnahmen gemacht. Und du siehst mich wirklich eine Stunde hinter dieser Bühne. Scheiße, scheiße, fuck, fuck, fuck. Das wird daneben gehen, das wird nicht funktionieren, das ist ah, shit, ah. Einfach weil das Künstlersyndrom, du schreibst was, es ist toll, es ist scheiße. Es ist scheiße, es ist toll, es ist scheiße. Und auch hinter der Bühne, du hast immer das Gefühl, was, wenn es nicht ankommt? Was, wenn ich meinen Text verliere? Was, wenn ich irgendwie die Stimme verliere? Was, wenn ich von der Bühne falle? Du hast so viele Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Aber in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, ist alles weg. Es ist wirklich, du betrittst diese Bretter vor dir. Und es ist ein Stromschlag, der durch deinen Körper durchgeht. Deine ganze Körperhaltung verändert sich. Du gehst wirklich sofort, scheiße, scheiße, scheiße. Hier, Shinji Schneider. Scheiße, scheiße. Hallo. Ich sage immer so, ich spiele dann jemanden, der selbstsicher ist. Dann fällt es nicht so auf. Okay. Dann noch eine Frage. Wenn man irgendwie Merch von dir kaufen will, z.B. DVDs oder Andi Schwenden will für einen Auftritt oder etc. pp. Wo kann man sich melden, respektive, wo kann man sich andere adressieren für Merch und solche Sachen? Also es ist so, im Moment habe ich noch einen Online-Shop bei Spreadshirt.de. Da kann man einfach nach Shinji Schneider suchen und da gibt es so ein paar T-Shirts und so. Aber die sind leider ein bisschen teuer. Und ich verdiene nicht das. Das ist halt den eher Shop und ich habe einfach meine Motive zur Verfügung gestellt. und ich habe meine Facebook-Seite Shinji Schneider. Dort schreibe ich eigentlich am meisten, was läuft. Dort kann man mich auch anschreiben, wenn man eine DVD bestellen will, weil die DVD ist momentan das einzige, was man direkt bei mir bestellen kann. Bezahlung funktioniert im Moment nur via PayPal. Ich habe einige DVDs auch bei RO-Spot, Ragnarök Online, also es ist ein Laden, aero-spot.de. Die haben auch ein paar DVDs von mir auf Lager, die sie verkaufen. Und sonst einfach an allen Konten, wo ich bin, kann man direkt auf mich zukommen, mich anschreiben, also mich ansprechen. Ich bin immer bereit zu plaudern. Man kann mir auf eine Mail schreiben an Shinji at Shinji.ch, weil ich bin Schweizer. oder Shinji at Shinji-Schneider.de. Aha. Ja, auch Shinji-Schneider.de ist auch meine Homepage. Also da gibt es dann auch ein Kontaktformular. Okay. Spenden will ich nicht. Ich will keine Spenden. Wenn ich Geld kriege, dann bitte schön dafür, dass ich etwas geleistet habe, also die DVD oder so. Ich käme mir bei Spenden richtig, 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 richtig blöd vor. Also noch blöder, als wenn ich an einem Tisch sitze, wo ich meine DVDs habe und ich denke, ich bin wichtig, gib mir Geld, hey, ich bin toll. Auch noch bescheiden, ist gut. Also, ich danke dir für das Interview und macht noch gut, meine Damen, meine Herren, wie auch immer, du bist wirklich ein bunter Vogel. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin 종er Schmidt. Deswegen ist bedenbar, dass es kein 마무� Untertitelung des ZDF, 2020